Es wird wieder Zeit für ein bisschen Mörder-Modus in einer XXL-Version mit sieben Leuten insgesamt. Ihr kennt das Prinzip, man muss hier den Mörder finden, deshalb zersprengt den Like-Button. Santa Claus ist Detektiv, Innocent ist unschuldig, Mörder ist Campus. Wer von euch wird der Mörder sein? Warum startet ihr? Nein, nein. Nein, ich hab nicht mehr verpasst, glaube ich. Warte, lass doch einmal vor jetzt. Jetzt, glaube ich, geht's, oder? Ja, jetzt. Ja, ich glaube nicht, dass du lange machst, bis er Mörder ist. Das ist das nämlich. Ja, ist so, oder? Immer, ich glaube wirklich. Stace, willst du mal ganz kurz vor, was oben bei dir steht? You are the Santa Claus. Oh, ich bin Detektiv, Leute. Kommt mal her. Ah, ich bin ehrlich. So ruhig, wie S.U. ist, er hat die Map einfach die ganze Zeit. Ja, ich jetzt schon wieder. Dann kimm ich doch jetzt. S.U., ich kenn dich zu gut dafür, ich bin der ehrlich. Schade. So, Leute, ich setz mich jetzt auf den Stuhl. S.U. soll sich auf den roten Stuhl setzen, bitte. Ich würde sagen, erst mal du. Ja, S.U., geh auf den roten Stuhl. Okay. S.U., warum bist du? Ich hab die Map neu gestartet, so ein paar Mal. Ja. Was, fragst du mich das? Ja, also, ich will die Detektivarbeiten nicht stören, so, ne? Aber uns fehlt grad einer. Uns fehlt grad einer. Wie? Wer denn? Eins. Ist Kürk am Start? Die wichtigste Frage, warum stinkst du? Jungs, ihr stinkt einfach richtig eklig. Das ist einfach der Grund. Es ist einfach so schlecht. Es ist ja die ganze Zeit die Map neu gestartet, weil er Mörder ist. Warum ich? Aber warum ich denn, Digga? Das kann doch jeder machen. Jeder kann doch das Spiel starten. Nein, du wirst, wenn du Mörder geil bist für die Aufnahme. Aha. Ach so. Okay. Schade. Schade, dass du sowas behauptest. Ist okay. So, Leute, jetzt alle noch mal in die Mitte. Ich muss hier Spiekut tun. Ja, alles. Kommt alle in die Mitte. Er ist hier so schlecht. Warum? So, warum bist du nicht der Mörder? Sag's mir. Weil ich für alles zu dumm bin. Ey, ich hab's ein Stück. Warum bist du nicht der Mörder? Weiß nicht mehr. Rentier. Ach, das... Wer ist das? Wer ist das vor mir gerade? Sue hat sich versteckt. Nee, ich bin gerade beim Tannenbaum, Jungs. Alle zum Tannenbaum. Alle zum Tannenbaum. Ey, Leute. Nein, nein, ich vertraue dir nicht. Sue hat sich hinten versucht zu verstecken. Ich hab ihn beobachtet. Also, warst du das gerade bei mir, Lofti? Ja, das war ich. Lofti, schade, dass du die Schuld auf mich schiebst. Vielleicht bist du der Mörder. Nee. Aber Jungs, ich sag ehrlich, ich weiß nicht, wer der Mörder von euch ist. Warte, es ist viel Glück. Alle in die Strecke-Mitte. Okay. Alle in die Mitte, Leute. Kommt jetzt alle zum Stuhl. Ich muss erst mal nachzählen. Sind wir überhaupt vollzählig. Ich bin sogar zum Stuhl. Ey, warum rennst du weg? Warum rennst du weg? Sie ist vor mir der M&A durch. Hier. Alle jetzt in ein Haus gehen. Das war verdächtig, Stu. Das war verdächtig. Was hab ich denn getan? Wettel, ihr könnt das nicht machen. Warte, Steini mach du mal. Oder Steini kann das gar nicht. Warte. Wer ist das hier? Löst euch nochmal da auf in der Mitte. Leute, du mal durchsrollen. Leute, ausschwärmen. Ausschwärmen. Lofti will durchsrollen. Lofti will durchsrollen. Schade, Lofti. Warum willst du nicht durchsrollen? Lofti will nicht zu wollen. Lofti. Warte, ich guck mir jetzt eure Schrittweise an. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Wer ist hier im Dach oben? Du bist. Hier, du rennst viel zu zickzack, mickzack. Genau du. Wer? Wer ist das? Wer ist das? Komm, ich setze mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Ja, setze mich auf den Stuhl. Ich und Elfner sind hier oben auf dem Dach. Ey, Steini, was machst du hier? Hä? Hä, warum hast du ihn gekillt? Er hat zu viel zickzack gemacht. Ich war mir sicher. Digga, aber er war doch die ganze Zeit bei uns. Es ist doch klar, dass er das nicht war. Digga, lass doch erstmal gucken, wo die Abgeordneten sind, die anderen. Alle auflösen in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin gerade bei Stace. Ja, alle auflösen. Digga, das ist so schlecht. Wieder alle unschuldig verrecken. Ja. Unnötig. Ich bin gerade bei Stace. Ja, dann geh ich jetzt weg, Digga. Der Mörder will sich anschleimen. Ich bin das, ich bin das. Stace, was machst du hier? Ich bin in einem Haus. Ich sage sogar, wo ich bin, Jungs. Wer bist du? Er kotzt gerade sein. Ey, auf Whisper Shade, noch schlimmer. Er kotzt gerade, er kotzt einfach. Einfach auf Whisper Shade. Wer ist da oben im Haus? Ich bin das. Ey, Stani, bist du im Dach oben? Warum bist du so am Fenster so? Warum ist Stani zu leise? Ich bin gerade rausgerannt. Stani ist wirklich gerade zu leise. Wer ist denn gerade noch am Start? Ist Gök am Start? Gök, bist du am lieben? Gök hat nicht mal ein Wort geredet. Gök, bist du da? Wo bist du? Ich habe kurz auf Instagram geguckt. Ach so, kurz deine Ladies abgecheckt, ne? Äh, ihre. Ich bin euch ehrlich. Ihr seid alle noch zufriedlich. Wer ist der Mörder? Also, Stani ist der Mörder, ist you. Warum? Weil du das Spiel so neu gestartet hast. Ja, als Optiker. Also, ich schieb alles auf Stani ist safe. Er schiebt die ganze Zeit auf andere so, aber keiner redet von ihm. Hast recht. Hast recht. Ja, ich gehe hier ein bisschen in der Lama-Fabrik spielen, aber... Hast recht. Den, 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 den. Weihnachtsfab... Was ist hier hinten? Digga, ich war da noch gar nicht. Na, Esti, was machst du denn hier? Wo bist du denn? Hey. Was geht? Na, wechsel mal deine Items. Ja, jetzt kommt wieder die Ausdritte. Ö, PS4. Ich kann das nicht. Leute, wenn ich sterbe, was ist you, ne? Schade. Wenn ich sterbe, was ist you. Einfach schade, dieses Verhalten. Komm mal her, wer ist hier vorm Haus? Ist Stani down? Er hat... Er hat... Er macht das die ganze Zeit, Digga. Er kotzt gerade komplett. Aber... Er hat keine Schüssel. Nein, es tut was. Ja, jetzt bin ich das wieder, ne? Schade. Bei Stani ist jetzt wirklich tot. Leute, kommt mal alle hier hoch zum Haus. Ich war wirklich gerade bei Stani, das stimmt. Ich war wirklich bei Stani. Kommt alle zur Lama-Fabrik. Hier oben. Wo ist die Lama-Fabrik? Oben, okay. Mörder hat noch keinen Schritt gemacht. Wo ist Lama-Fabrik? Hier oben, das Haus. So, okay, ich muss testen. Ey, Retalk, ich war hier noch gar nicht drin. Ja, ich muss gucken. Wer ist hier vor mir? Kommt der? Ich muss gucken, wie er dieses Lama so aufmacht. Das kann ich vielleicht sehen. Ey. Stani, bist du hier drin? Ja. Echt, hier bist du da vor mir, der wo du uns sitzt? Nee, ich bin das hier, nehm dir. Warum ist Stani so leise? Ja, ich weiß es nicht, Digga. Der snipet. Ey, passt auf Fenster auf, Jungs. Wo ist Stani? Er sagt gar nichts. Digga, der sagt gar nichts. Nein, nein. Was sagst du jetzt? Das Ding ist, er war bei mir. Er müsste, glaube ich, da unten noch sein. Lass mal alle nach unten. Ey, ich schieb alles auf den hier. Der ist der Mörder. Es ist safe wie der Lofti. Guck mal, wie der wegrennt. Jetzt bin ich. Lass mich doch. Ich bin zu Lofti, Junge. Ja, das ist der Wörter. Wie weit ist denn jetzt hier? Guck mal, wir sind zu tun. Ich bin eh viel zu laut. Es fehlen zwei. Ich habe einen Shotgun in meinem Tag gesehen. Ah, ja, boin, hier. Ich kann sein Fischer mit dem Bock haben. Ey, aber ich spitzern. Ich spitzern. Ja, wir müssen. Ich suche ihn jetzt. Wir müssen ihn suchen. Ey, Stani auch. Ich glaube auch, dass es wieder Mörder ist. Also, Tridan ist safe tot. Das sind wir zu 1000%. Stani hat dreimal auf Wischö gemacht. Aber man weiß schon, ob es really war. Nein, Stani ist safe down. Safe? Ja, Digga. Safe ist er down. Ah, woher rein? Stani meinte doch eben, wenn er stirbt, ist es wieder Mörder. Ich war wirklich bei ihm. Das stimmt. Ich war wirklich bei ihm. Ich war wirklich bei ihm. Oh, Sti. Ah! Ah! Ich hab's hier. Jungs, am Berg oben, am Berg oben, am Berg oben. Da ist das vor mir. Ja, Sti will mich jetzt gleich umbringen hier. Ey, seid so schlecht, Mann. Sti will mich jetzt gleich umbringen. Lauf, die liebst du noch? Wer ist denn an der Mitte? Wer ist denn an der Mitte? Ich bin das. Essy, Digga. Es ist Essy der Mörder, Jungs. Es ist Essy der Mörder. Ich verkauf, Digga. Ich verkauf wirklich mein linkes Ei, wenn Essy nicht der Mörder ist. Sag ich euch ehrlich. Essy so schlecht, Digga. So schlecht. Lötig. Gibt mir sicher, Jungs. Essy ist Mord. Ich bin dort. Essy ist Mord. Essy ist der Mörder. Es springt mir hinterher. Es springt mir hinterher. Schade, Essy. Schade. Essy, du willst umwachten. Ja, er... Ich wusste das so, Digga, dass du das bist. Man muss sagen, Stace und Stani haben das richtig gut analysiert am Anfang. Die haben sofort an alles gedacht und haben gesagt, okay, er hat so lange gechanged, bis er Mörder gewonnen ist. Ich bin wieder Kid. Ja, ich bin nichts. Jetzt bin ich einfach Kid. Danke dafür, Jungs. Schade. Ich sag, es ist der Mörder, so wie er gewacht hat. Nee, ich bin nicht der Mörder. Wirklich. Du bist der Detektiv? Also, Jungs, kommt der. Ich bin der Detektiv hier. Da sitzt du, Jungs. Baby zu dem Knight. Ja, stell dich. Setz dich mal da hin. Alle mal von mir aufschneiden, bitte. Stani ist Mörder. Stani, wo bist du? Hier. Okay. Nee, 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 nee. Stani, Stani, spring mal. Ja, das ist Stani hier, ne? Ja, der ist jetzt verarscht hier, der verarscht sich. Ja, willst du? Spring, wenn du Escu bist. Schade, Digger. Du musst aufschwimmen. Was, das war schon? Oh, Sprecher, Alter, aufschwimmen. Was? Escu, wo bist du? Hä? Ja. Der Detektiv bricht mittendrin einfach ab. Er ist gerade mitten in seiner Handlung und dann plötzlich aussterben. Elite Squad. Alter, das ist wirklich einfach... Ey, wer ist bei mir? Ich bin Nass. Ziu, macht Mu. Ich setz mich hin. Ziu, guck mal hier. Ziu, guck hier. Ziu, frisst du deine Banane. Ey, die haben einen Keimverstand gefunden. Das ist glaube ich nur der Mörder. Stas ist Mörder. Nein, nein, oh mein Gott. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin hier reingeflückt. Sehr verdächtig, meine Damen und Herren, hier euer Verhalten. Muss man an dieser Stelle sagen. Und das Gute ist, oben links sieht man... Wir können Hart wieder groß machen. Ne. Öp. Dann kommt Shani raus. Verschlossen, was das denn hier... Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie hässlich sind deine Blät... Ey, ich fress mich nicht den Besen, wenn es mich der Mörder ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Ey, wie schlecht ihr einfach auf mich die Schuld lenken will. Ich bin nicht der Mörder. Oh, Haram, Leute. Das ist eine Haram. Ich glaube, das läuft, wie der Mörder ist. Ey. Er ist so ruhig. Ich bin einfach beim Rentier. Wer bist du? Wer ist hier? Warum ist hier verschlossen? Ey, warum ist die Tür verschlossen? Das ist das versteckte Mörder. Ey, das ist ein Mörder. Das ist ein Mörder. Ey, Mann. Ey. Wo? Leute, komm rein hier. Er ist rausgekommen. Er ist rausgekommen. Du Arsch, Digga. Alter, du hast dich da hingesetzt. Krampus. Wer ist hier vor mir? Wer bist du? Startskin. Standardskin? Er sagt Standardskin. Ja, ich würde sagen Kieren. Schade. Ähm, nochmal kurz die Aufgabe vom Krampus. Der Krampus muss die Kinder kidnappen. Langsam wird Zeit, ey. Aber warum ist es Glück und Stace? Die sind immer so leise, ne? Fett ist. Die machen sie sehr verdächtig. Kann man hier klingeln? Klingelingeling. Aber ich würde sagen... Wer bist du? Hör ich an zu den hier. Der steht hier so. Er krampft. Ja, Standard. Stimmt bist du. Ich hab's nur wieder auf Wurst bestellt. Ich sag die ganze Zeit, ich kann mir das mit Estimien wegnehmen. Ey, ich mach das doch extra. Damit der Krampus irgendwas macht, man. Das ist doch langweilig. Ja, der ist einfach los. Ab Ende, er stimmt wirklich los. Oh, oh, Estimien. Ey, oh mein Gott. Er wird geschlossen. Klingelus. Komm zu mir. Ey, Jungs. Komm zu mir. Komm zu mir. Okay, meine Damen und Herren. Wer hat mich gekillt? Ich weiß es nicht. Ich muss natürlich der erste sein, der hier direkt gekillt wird, oder? Jungs, versammeln, Leute. So, die hören mich jetzt nicht. Ich sammle. Das ist der Mörder hier. Das ist der Mörder hier. So schlecht sind die, ne? Wer bist du? Wer bist du hier? Ich bin's. Ich bin's. Wer bist du? Ich sag dir. Ich bin Stani. Ich hab nämlich gerade gesehen, wie er einen gekillt hat und eine Waffe gezogen hat. Ja, wenn. Ich sag dir, ich geb dir sogar 500 Coins. Ich kann die gar nicht drücken. Ey, ich bin's. Wo hast du 500 Coins? Also ich würde, no joke, sage. Entsatzle Stani oder Lottwirt. Wir tun beide durchgehen, sich gegenseitig beschuldigen. Ich würde nicht sagen, aber die haben nur noch 5. Alter, ich sag, ey. Ey, jetzt bin ich das auf einmal. Ja, guck mal. Wir schämen einen. Sani, du hattest recht, Saga. Der ist der Mörder. Wo? Zeig ihn mal. Zeig ihn mal. Ich sag. Hehehe, ich würde so lachen, weil ich das einmal schon wieder weiß, dass Loppy der Mörder ist. Was hörst du von mir Alter aus? Ey was ist das für eine chaotische Folge? Wer auf mich die Schuld schiebt Alter Nein, 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 Glück ist sowas von dir Mach ihn weg, mach ihn weg Glaub mir Ohne Witz, Glück ist sowas von Lerber Ich dachte mir ist ein Bruder, der den zieht Wo bist du Lofti? Wer bist du? Ich bin hier Setz dich mal wieder auf den roten Stuhl Es fehlt immer, wo ist es you? Ich schmeiß die Münze Ja guten Morgen und es ist gut, dass er bemerkt, dass ich nicht da bin Ich zeig dir noch mal einer Digga, warum zieht sie auf mich? Nur noch 4 Minuten haben wir Weil ich grad die Stace hier erwischt hab Die sich in der Ecke versteckt hat Was? Tschüss Stace? Stace war doch von mir gewesen Ey guck mal Stace, komm mal mit Ich zeig dir, ich zeig dir Ich war hier so chill, ich hab hier ein paar Geschenkel eingepackt Wollte ihn nachher rausbringen Zum Lagern Und auf einmal spielte Stace aus der Ecke Er kommt mit Stace, er kommt mit Stace Ey das ist so chaotisch Mit 7 Leuten kann man auf gar keinen Fall Mördermodus machen Guck mal, er soll sich auf roten Stuhl setzen Digga Guck mal, hier ist dein Mörder Ich setze auf den Stuhl Wenn du mich abschießt, du wirst es dein Leben lang bereuen Schießt! Er ist nicht, ich glaub er ist nicht dein Mörder Das ist der Stuhl der Wahrheit, genau Ich bin nicht Oh Ey, komm mal schau dir, Junge, schau dir So ist du, so ist du Söntet ihn, söntet ihn Rechts Jungs, die Tochter Da unten links ist er noch Junge Rechts Guck doch hinter der Dicke, Mann Ok, warum bist du hier alleine? Ich hab Angst Ey, der versteckt sich und der sieht den nicht Wer ist das hier? Wer ist das hier? Ey, wer ist das? Schlimmste Refektiv Naja, eigentlich ist der Mörder Der Typ hat Dings umgebracht Oha, oha Der ist der Mörder, der hier Denkst du Stace ist Mörder? Ja Stace ist Mörder Ey, Junge, ich bin das nicht Ich guck euch doch die Leben, bitte alle in die Mitte kommen 100% Leute, hier, hier Das ist der Mörder Lass auf euch hier zukommen Ey, Detektiv, gibst du nochmal was geschissen oder ansonsten Hilfe hat dich Der Detektiv ist nicht schlimm Bist du Drida? Lass doch bitte den Detektiv nicht stehen, Alter Ey, das ist der Mörder, töd sie, Mann Ey, Detektiv, kann ich bitte weitermachen Gott, ey, ist das schlecht War das der Mörder? Der ist der Mörder Ich locke den Mörder Ich muss immer noch nicht checkt, dass es wie der Mörder ist Sorry, Leute, dann seid ihr einfach dumm Hä, ist der Mörder? Ey, Gürgnecker, du bist auswischend Spiel mal bitte Gürgnecker Ey, der arme Dave Schneider hat kein Kill ihn, kill ihn, please, please Schau ihn, liebst du noch, Hanni? Hier ist der Mörder, hier Ich kann nicht mehr Ey Leute, soll ich euch ehrlich sein Guckt mal hier oben auf dem Berg Ich hab euch die ganze Zeit beobachtet Und ich weiß jetzt wer der Mörder ist Guckt hier auf den Berg Ich hab euch die ganze Zeit beobachtet Es ist Stanni Es ist Stanni Stanni, wo bist du? Ich hab euch die ganze Zeit beobachtet Kill ihn, kill ihn, kill ihn Einfach schießen, los Es ist Tri dann Oder es ist Schlami Ja, dann ist es Tri dann Ey, da will ich mich in die vorne locken Junge, was redest du? Komm mit, ich koch dir erstmal was Ja, lass mich nicht, lass mich nicht Aber guck mal, hör mir ganz kurz Komm mal, ich kann es hier nicht Glaub mir, ich kann es hier nicht Glaub mir einfach Nein Ey, kill ihn, komm dir kill ihn Ich hab mich verloren Kill ihn, kill ihn Der ist überfordert Ich bin Stays, ich bin Stays, alles gut Das hier ist Tri dann Nein, dicker, das bin ich nicht Sein Kopf explodiert gleich Ja, ja, das ist Tri dann, kill ihn Das ist der Mörder Warum der Ich hab verreckt Ey, du hast verloren Du hast verloren, du hast verloren Du hast verloren, du hast verloren Glaub mir, du hast verloren Glaub mir, Dave Knight Glaub mir Chill doch einfach mal Chill doch Ich bin echt Ja, er war der Mörder Tri dann, ich hab's euch gesagt Tri dann war der Mörder Ey, Dave Knight, du bist an dem Mörder Zwei Mal an der Theke vorbeigerannt Als er geschossen hat, Digga Ich kann nicht mehr, Dave Knight Nee, guck mal Irgendwann Schade, Digga Nee, 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 nee Aber schade, Digga Er killt alle Unschuldig Oh mein Gott Unschuldig dich selber selber Leute, checkt die Jungs ab Alle unten in der Videobeschreibung Wir sehen uns im nächsten Video Haut rein, Pips!